Der Beyond Sports Talk live aus dem Audi Zentrum Karlsruhe wird präsentiert von LUNIS Vermögensmanagement, weil es um ihr Vermögen geht. Graf Hadenberg, begeistert für Mobilität. Und D-Werk, einfach digital beraten. Hier ist ihr Gastgeber, Michael Leopold. Dankeschön. Dankeschön. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, Dankeschön. Hallo zum ersten Beyond Sports Talk. Wir starten 60 Minuten lang ins Eins gegen Eins, eine neue Veranstaltungsreihe, die zweimal im Jahr hier in Karlsruhe im Audi Zentrum über die Bühne gehen wird. Und an dieser Aussage dürfen Sie mich und uns künftig messen, was macht uns aus. Wir greifen bei der Auswahl der Gäste absolut nur ins oberste Regal. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute mit einem Meinungsschwergewicht des deutschen Fußballs starten können, starten dürfen. Er war Europameister, er war Europas Fußballer des Jahres, er war zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres, er sammelte Meistertitel mit Dresden, mit Stuttgart, mit Dortmund, er war Champions League Sieger, er war sechs Jahre Sportdirektor beim DFB und er war in München tätig bei den Bayern, als sie das Triple holten. Man könnte meinen Sammeln, Titel sammeln, kommt von Sammer. Herzlich willkommen, Matthias Sammer. Matthias, komm zu uns. Schönen guten Abend, Matthias. Dein Applaus. Danke. Nimm Platz. Danke. Wir packen das beim Beyond Sports Talk künftig so an. Wir halten das so ein bisschen wie ein Spieltag. Aufwärmen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, auslaufen. Und unter Aufwärmen verstehen wir den Gast so ein bisschen persönlicher noch kennenzulernen. Matthias, jeder kennt dich vom Fußballplatz, von der Trainerbank, von diversen Interviewsituationen, aus dem Fernsehen. Was viele vielleicht nicht wissen, Sternzeichen Jungfrau. Und da habe ich mal nachgelesen über das Lebensmotto einer Jungfrau. Ich und meine Arbeit, ich und meinen Alltag, ich analysiere. Trifft es das? Guten Abend. Ich muss ein bisschen ablenken. Freue mich hier zu sein und ich hoffe, dass es gelingt, kurzweilig ein paar Themen in den Mittelpunkt zu stellen und ein bisschen zu erzählen und zu profitieren gegenseitig. Was mich daran stört, ist ganz eindeutig, dass ich glaube, dass ich kein Egomane bin. Weil ich, wenn man das immer in den Mittelpunkt stellt, hat mich eigentlich schon immer gestört, als dass ich glaube, gerade wenn man in der Familie oder in der Gruppe, wenn man Fußball gespielt hat oder wenn man dann in verantwortlichen Positionen, geht es um die Sache. Das sind ein paar Themen, so penibel und Ordnung und so kleinlich. Das glaube ich schon. Du greifst schon vor. Ich habe ja auch ein paar Charakteristika noch herausgeschrieben. Ordnungsliebend, logisch, methodisch, pedantisch, kritisch, nörglend, Selbstreflexion mit 51. Jeder hat so Eigenheiten und ich glaube schon, dass einiges zutrifft, aber das Egomanische, da würde ich mich ein bisschen wehren. Das Ichbezogene habe ich nie so gesehen. Grundsätzlich wollte ich eigentlich nur gewinnen und die Tatsache im Umgang, ob als kleiner Junge auf dem Spielfeld oder irgendwo in der Familie zu Hause und darüber hinaus eigentlich in der Art und Weise sich wohlzufühlen, angekommen zu sein, ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Also deshalb, wenn man das Egomanische vielleicht weglassen würde, wobei jeder für sich einen Anspruch nimmt. Ich bin weder eitel noch bin ich machtbesessen oder so, erlebt man ja relativ oft. Aber ich würde trotzdem meinen, in den Stationen gekämpft um die Sache, gefightet um die Sache, erfolgreich sein zu wollen, sportlich oder beruflich betrachtet, das stimmt. Sich dabei selber so in den Mittelpunkt zu stellen, würde ich verneinen. Und auch wenn es Pokale gab oder so etwas, also dass ich den als Erster haben musste, eigentlich musste ich ihn gar nicht berühren, weil das innere Gefühl, etwas erreicht zu haben, war das Größte. Und in der Familie muss ich sagen, ohne meine Frau wäre alles nichts. Das muss ich klar feststellen. Wir haben drei Kinder zu Hause. Dass ich mich so als Spieler oder dann auch in den Stationen frei bewegen konnte, habe ich einzig und allein meiner Frau zu verdanken. Und jetzt mit der Zeit der Reflexion, wenn man ein bisschen mehr zu Hause ist. Also ich wusste es schon immer zu schätzen, jetzt weiß ich es noch mehr. Und es ist eigentlich die aufregendste und schönste Zeit, weil es die normalste Zeit in meinem Leben ist. Ich will das andere nicht missen, aber das, was ich jetzt gerade erlebe, ist an Schönheit und an Einfachheit und damit an Besonderheit gar nicht zu überbieten. Weil du sagst drei Kinder, ich habe auch ein paar. Helfen eigentlich drei Kinder, um eine Kabine besser zu verstehen, auch um am Ball der jungen Leute zu bleiben? Also die Quintessenz dessen, wenn man natürlich über seine Erfahrungen spricht, sollte dabei die Gegenwart auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Und ich fand es auf der einen Seite lustig, weil man natürlich auch davon profitiert hat, wenn die ältere Generation früher schon über sich geredet hat und die Jugend war grundsätzlich eine Katastrophe. Die konnte nichts richtig machen, die war nicht so gut wie wir damals, weißt du noch und wie auch immer. Und wenn ich heute so ein bisschen in Blaude-Laune bin, sage ich immer, hast du das gleiche Gefühl wie ich? Er sagt, was meinst du? Ich habe kein Spiel verloren. Ich habe auch kein schlechtes Spiel gemacht. Oder geschweige denn, irgendwie mal überhaupt einen Fehler gemacht. Habe ich nicht. Und wir heute setzen uns hin und sagen, ach die Jugend von heute hat keinen Anstand mehr. Respekt, sie ist gar nicht so geprägt wie wir früher, weil wir waren immer anständig. Ja, ich meine immer korrekt. Aber ist die Jugend dafür verantwortlich oder verpassen wir der Jugend den Weg zu ebnen? Ich glaube, dass wir versagen, nicht die Jugend versagt, ist mein Eindruck. Werte vermitteln. Sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor, über den wir heute noch sprechen wollen, wenn wir im Rahmen von Führungsschaft, Struktur und Orientierung auch über deine Vortragsreihe sprechen. Zunächst hätte ich gerne noch von dir ein paar Antworten auf ein paar Städte. Ich nenne dir eine Stadt und du sagst uns, was dir spontan als erstes in den Sinn kommt. Wir starten völlig überraschend mit Dresden. Ist meine Heimat. Und da liegen meine Wurzeln. Aber es ist nicht mehr mein Zuhause. Zuhause ist? Grünwald und meine Familie. Du sagst Grünwald, dann schmeiße ich gleich München hinterher. Eine wichtige Zeit, auch beruflich. Eine interessante, faszinierende Stadt mit völlig falschen Wahrnehmungen, wenn man sie denn wahrnehmen möchte. Schikaria oder gewisse Konstellationen bringe ich mit München nicht in Verbindung. Wir leben auch außerhalb. Wir haben sehr, sehr gute und enge Freunde gefunden. Und ich verbinde eigentlich mit München und Grünwald Ruhe, das jetzige Zuhause, Geborgenheit und ein ganz starkes Gefühl von Familie und Freundschaft und Freunden. Und jetzt hören in Karlsruhe alle ganz besonders hin. Stuttgart? Spezielle Zeit. Ja, die, die, ich habe meine Frau kennengelernt, sie ist Ludwigsburgerin und da geboren, so wie unsere große Tochter, die beiden anderen Burschen sind, in Dortmund geboren. Stuttgart ist speziell, das muss ich ganz einfach feststellen. Und es war für mich in der Anfangszeit, 90 bis 92, ich bin damals 90 aus Dresden gekommen, im Verein mit Gerhard Mayer-Vorfelder, damals noch als Präsident, Dieter Hoeneß als Manager. Ich hatte gute Leute, um reinzuwachsen, um zu lernen. Aber, ich sage mal, die Bruttlerei, die ich bis heute kennengelernt habe, in dieser Gegend, habe ich nie verstanden. Ich habe auch nie verstanden, damals, wir hatten Mitspieler, Maurizio Gaudino, unabhängig, er hat auch Autos gemocht und gibt es andere Themen, gar keine Frage, aber er war ein super Fußballer. Und bei den ersten Heimspielen kommst du ja dann ins Stadion und bist so eine Stunde 15 vorher da, gehst raus und prüfst den Platz und kommst und da von der Haupttribüne, komm, oh Gaudino und da und die haben geschimpft auf den. Da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Also, ich habe erst mal geguckt, ob das vielleicht vom Gegner waren und irgendwelche Feinde oder irgendeine, aber es waren die eigenen. Und das habe ich so ein bisschen, auch ist mir das hängen geblieben. Ich war ja dann auch Spieler und dann war ich als Trainer. Also, die Ungeduld ist im Schwabenländel oftmals zu groß in meinen Augen und ein bisschen mehr Ruhe, auch wie man es jetzt wieder gesehen hat und dann auch Glaube an die eigene Stärke und weniger Bruttlerei wäre manchmal wichtiger und zielführender. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ist ja in Karlsruhe ohnehin ganz anders. So kommt man auch zu seinem Applaus. Mailand. Eine ganz wichtige Erfahrung auch an das anzuknüpfen. Ich war ja nur sieben Monate da. Es war für mich dahingehend eigentlich fast mit die wichtigste Station. Also, meine Heimat und Dresden zu verlassen war schwer genug. Und dann zwei Jahre Stuttgart und wir wurden nach dem zweiten Jahr Deutscher Meister. Das war natürlich eine interessante Situation, dass man wissen muss. Inter Mailand, damals geprägt von den Deutschen auch. Klinzmann. Genau. Und diese drei. Ich sollte schon ein Jahr vorher kommen und es gab eine Ausländerproblematik. Zu dem Zeitpunkt durften nur drei spielen. Es durften aber vier, ein Jahr später dann fünf, verpflichtet werden. Und ich war noch relativ jung und wir hatten einen Trainer dann bekommen. Wir kannten uns überhaupt nicht. Aber es ging eigentlich gut los. Die ersten sechs Ligaspiele. Ich schoss vier Tore. Dann verletzten sich zwei Stürmer. Und dann hatten wir nur noch einen, der hieß Ruben Soße. Der hat auch mal in Dortmund gespielt. Und dann Daku Pantschev. Ein Jugo, ein guter Spieler, aber total über den Zenit. Also, ich glaube gar nicht, dass der noch rennen konnte. Der war total, der war alles kaputt. Und aber Inter, großen Namen nochmal verpflichtet. Der saß immer auf der Bühne, aber wir hatten keinen Stürmer mehr. Ein Trainer kam nach dem sechsten Ligaspiel vier Tore zu mir. Und sagte... Das wurden, glaube ich, noch eh. Bitte? Ja, ja, ja. Und dann, ja, was soll ich machen? Ich kann nicht nur mit dem Zwerg. Ruben Soße war ungefähr so groß. Ich kann nicht nur mit dem Zwerg davon spielen. Also, ich brauchte auch noch einen anderen. So. Also, das war dann die Geschichte, dass er mir das erzählt hat. Da habe ich gesagt, ich respektiere alles. Aber Montag bin ich beim Präsidenten. Das mache ich nicht mit. Geht nicht. Ja, egal. Montag beim Präsidenten. Ich sage, Sie werden kein schlechtes Wort von mir hören. Im Winter gehe ich weg. Weil ich kann nicht mitmachen. Die beiden hatten Muskelrisse. Es waren zwei Italiener. Toto Scalacci, mal Torschützenkönig bei der WM 90. Davide Fontolan. Auch ein paar Länderspiele gemacht. Die sind die ganze Saison ausgefallen. Und da war für mich heute eigentlich, das ist eigentlich wirklich eine der schönsten Konstellationen, dass ich da konsequent war, um zu sagen, für meine Vita und für meinen Weg musste ich eine Entscheidung treffen. Ich konnte nicht da bleiben, wenn ich mich weiterentwickeln wollte. Ich habe mit dem Präsidenten, und wir haben uns dann 20 Jahre später gesehen, ich meine, nach sieben Monaten ist noch kein Spieler von Inter Mailand weggegangen oder wollte das. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich werde kein schlechtes Wort über Ihren Verein sprechen. Und ich komme auch in zehn Jahren zurück. Wenn Sie mir das gleiche Gehalt für die Tribüne geben, bin ich total happy. Aber ich brauche zehn Jahre, wo ich nochmal Gas geben muss. Das war Inter Mailand, ja. Und dann kam Dortmund. Ja, die beste Zeit, schönste Zeit als Fußballer, aber natürlich auch die erfolgreichste Zeit in Dortmund. Und beim DFB mit einem großen Trainer, der mich sehr, sehr geprägt hat, Ottmar Hitzfeld, der es nicht immer leicht hatte mit mir. Wie der ein oder andere auch nicht. Weil? Ja, ich wollte ja einfach nur gewinnen. Und dann schießt der Ehrgeiz natürlich manchmal ins Kraut, klar. Bringt uns direkt zu entweder oder. Hitzfeld oder Guardiola? Boah, das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Ja, aber letztendlich muss ich das versuchen zu trennen, weil die Mischung und die Perfektion wäre. Kurze Erklärung, Guardiola ist mit dem Ball ein Perfektionist, wie er Fußball sieht und wie er Fußball gelehrt hat. Auch was ich nochmal lernen konnte in den drei Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, war wirklich unglaublich. Aber Fußball ist mehr als der Ball. Es ist vor allen Dingen der Kopf und zu verstehen, dass da junge Menschen, ein paar ältere Persönlichkeiten, hierarchisches Denken ist. Und das Thema Führung ist das ganz Entscheidende. Und Ottmar Hitzfeld war in diesen Themen für mich der absolut beste Trainer in dem Sinne, wie er die Mannschaft dann eingeteilt hat in Führungsspielern, auch Teamspieler und Individualisten, wie er kommuniziert hat und wie er die Mannschaft geführt hat. Bei einem normalen Fußball eher defensiv angehaucht, wie er auch in München dann gespielt hat und die Champions League gewonnen hat, ist die Mischung wahrscheinlich Gott. Fußballgott. Anzug oder Jeans? Anlass entsprechend. Held oder Bösewicht? Wenn wir verstehen, dass Helden im Ursprung auch mal ein Bösewicht sein müssen, um Helden zu werden, dann ist es die gute Mischung. Schöne Antwort. Messi oder Ronaldo? Beide. Entweder oder spielt bei Hermann Thiersberg. Ja. Aber dann machen wir Beckenbauer. Okay. Schlager oder Klassik? Also grundsätzlich Schlager, aber Klassik hat, was altersgerecht ist, vielleicht... 51, ich sag's nochmal an dieser Stelle. Wirtschaft oder Politik? Beides nicht. Beides nicht? Beides nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen hart, was ich sage. Der Sport kann für sich nicht in Anspruch nehmen, korrekt und ehrlich zu sein. Aber wir müssen wieder darin zurückkehren, dass die Authentizität der Einfachheit und der Korrektheit im Mittelpunkt stehen muss und dem Menschen dienlicher ist als gewisse Formen, wie wir es im Moment politisch erleben, im Umgang mit den Menschen. Und genauso die Tatsache, ich spreche den Sport nicht heilig, aber auch genauso in der Wirtschaft, wir müssen wieder anständiger werden miteinander. Ich bleibe einmal kurz bei der Wirtschaft, da sind die BVB-Aktie, die BVB-Aktie, die BVB-Aktie wurde gestern auf einem 17-Jahres-Hoch notiert. Ich hoffe, Aki Watzke hat das im Vertrag mit dir verankert. Rummenigge oder Watzke? Das letzte entweder oder? Nicht vergleichbar. Und es gibt auch nicht... Charakterisier sie für uns beide. Ja, dankeschön. Karl-Heinz Rummenigge ist bei Bayern München und die Erfolgsgeschichte des Klubs musst du erst einmal so führen können und auch durchhalten können und immer an der Spitze zu stehen ist nicht einfach. Er ist manchmal ein bisschen unnahbar, das ist gar keine Frage, aber ich habe großen Respekt, wie er diesen Verein führt, weil das ist nicht einfach, permanent da oben zu stehen. Aki Watzke hatte ich früher kennengelernt, auch in der Spielerzeit noch, mit einem guten Draht zueinander, dann aus den Augen verloren. Vier Jahre Bayern hat dem Miteinander wehgetan. Es war ja auch schon... Ein bisschen ist der Anstandsumgang verlassen worden. Man hat sich gekappelt, aber beide für ihren jeweiligen Verein, gar keine Frage. Und jetzt muss ich sagen, wenn du das Verhältnis wieder auf die Normalität bringst, dann musst du dir Zeit geben und Vertrauen zu entwickeln. Und unabhängig der Tatsache, jetzt ist es sich leicht reden, es ist ganz gut angelaufen. Aber ich glaube nicht, dass das der Maßstab ist, der Bewertung an sich, dass man jetzt feststellen sollte, dass ich großen Respekt habe, auch vor den Leistungen, die beide gebracht haben. Und sie sind aber sehr, sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung. Aber dann sag uns noch, wir sind ja unter uns. Aki Watzke, wie hat man sich das vorzustellen? Der greift zum Telefonhörer. Und die hast du einmal getan und gesagt, Aki, so war es eigentlich gar nicht gemeint in den letzten Jahren. Wir bräuchten deine Kompetenz. Wie sieht es aus? Wie ist es wirklich gelaufen? Ach so, in Berlin beim Pokalfinale vor anderthalb Jahren war das erste Mal ein Thema. Franz Beckenbauer, den ich übrigens sehr, sehr verehre, hatte damals nochmal um ein Essen gebeten und ein paar Leute eingeladen. Und da haben wir uns getroffen und dann kam schon von ihm der Impuls, sollen wir nicht mal uns miteinander austauschen, mal miteinander reden. Ich war raus bei Bayern und um all das, was wir auch in der Vergangenheit erlebt haben, einen normalen Umgang miteinander zu haben. Dann haben wir uns drei, vier Mal getroffen. Wie schon gesagt, also dann nicht zu sagen, übrigens alle beide wissen gar nicht mehr, dass man sich auch mal gekappelt hat, sondern das war ein Thema, das wir erst einmal uns ausgetauscht haben und auch spüren mussten, ist da eine Bindung noch da, gibt es da etwas? Und als ich das normalisiert hatte, nächste Treffen, nächste Treffen und dann kamen irgendwann mal gewisse Gedankengänge. Aber speziell von ihm hat dann Michael auch immer Michael Zorc involviert, dass sie mit Sebastian Kehl und auch ein bisschen von außen etwas suchen, um ihren eigenen Weg weiterzugehen und das war sehr interessant und ist eine wirklich schöne Aufgabe. Aber bitte nicht überbewerten, das operative Geschäft, die Arbeit wird vor Ort gemacht und ich gebe irgendwann meinen Senf ein bisschen dazu. Und mit einer guten Wurst schmeckt das aber auch manchmal gut. Haben wir in Fürth gesehen. Matthias, wir gehen quasi fließend über vom Aufwärmen in die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit hatten wir uns aufgeschrieben, Dortmund, nationaler, internationaler Fußball und die Nationalmannschaft. Bleib mal beim BVB. Du hast es angesprochen, du gibst deinen Senf dazu. Wie sieht das aus? Wie würdest du deine Jobbeschreibung hier an dieser Stelle noch einmal für uns alle wiedergeben? Was steht im Vertrag? Eigentlich nichts. Das ist auch das Schöne. Die besten Verträge sind die kleinsten und die unkompliziertesten in meinen Augen. Das Wesentliche sollte drinstehen, Sie wissen, was ich meine und dann ist es eigentlich gut. Was sollte ich eigentlich beantworten? Die Jobbeschreibung wäre es gewesen, aber scheinbar gibt es ja keine. Nicht unbedingt. Ich würde nur einfach und das in aller Deutlichkeit auch betonen, dass es für die handelnden Personen, also speziell Aki Watzke, Michael Zorc, sowieso über Jahre hinweg einen wirklich tollen Job gemacht zu haben. Aber ich finde von beiden den Mut zu haben, auch Sebastian Kehl zurückzuholen. Das ist für meine Begriffe eine der wichtigsten Situationen, gerade was das Thema Menschen betrifft, Führung betrifft. Es verändert sich alles. Die Einflussfaktoren, Berater, neue Medien. Es nimmt alles ein Tempo und eine Geschwindigkeit an, wo das Wort, die Korrektheit und der Umgang oftmals im Wesentlichen auf der Strecke bleiben. Und ich bin einfach der Meinung und habe das damals auch bei Bayern München versucht, sehr, sehr nah immer an der Mannschaft zu sein, wahrzunehmen, zu riechen, welche Strömungen gibt es, wo kann man antizüglich darauf achten, dass gewisse Fehlentwicklungen schon korrigiert werden. Menschen auf allerhöchstem Niveau haben natürlich auch Probleme miteinander, ob in der Mannschaft, außerhalb. Lass mich noch einhaken. Gibt es so etwas wie zu viel Kompetenz, zu viele Alphatiere oder gibt es nie zu viel Kompetenz? Das ist das, was ich eigentlich letztendlich dann erklären wollte. Wenn du deinen Platz und deine Rolle in einem System verstehst und anerkennst, dass das System oder der Verein größer ist als du und letztendlich in der Beschreibung der Aufgaben, wo sich manches sicherlich überschneidet, aber auch in der Lage bist, für das Unternehmen, für das System, dich zurückzunehmen und gleichzeitig einzubringen, um erfolgreich zu sein. Der Verein ist immer größer als einzelne und handelnde Personen. Wir haben Macht und Eitelkeit nie so wichtig wie der gemeinsame Erfolg. Und Kompetenz kann es nie genug geben. Es ist nur die Angst oftmals der Menschen zu glauben, dass der andere, auch wenn die Öffentlichkeit und das Mediale dazukommt, vielleicht meine Leistung dann weniger anerkennt oder der Erfolg dann falsch aufgeteilt wird und dass man letztendlich auch in der Umgebung nicht in der Lage ist, den anderen groß zu machen. Es ist ein ganz einfaches Führungsprinzip. Ich habe immer gemeint, wer mit Druck und Angst führen muss, hat persönlich ein Riesenproblem. Es ist nicht die Zukunft, es schafft nicht die Liebe, das Vertrauen in der Gruppe. Und ein ganz, ganz wesentliches Credo war immer von mir, mach die anderen groß. Du wirst davon profitieren und die Gemeinschaft und das Unternehmen wird eine Souveränität und Erfolg erlangen. Was besser ist, ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Und leider habe ich auch vieles anderes kennengelernt. Und gerade was Macht und Eitelkeiten betrifft, ist in zunehmendem Maß bedingt, eigentlich auf allen Stationen, auch beim Deutschen Fußballbund, was habe ich mich teilweise rumgestritten über die Situation der U21, die wir damals hatten, oder die Tatsache dessen, der Beurteilbarkeit, der Bewertbarkeit. Es geht doch oftmals darum, wenn ich auch in einer gewissen Position bin und ich habe einen super Mitarbeiter, da muss ich doch nicht immer vermitteln, ich weiß alles, ich kann alles. Der Mitarbeiter ist vor Ort, sieht jedes Training, sieht jedes Spiel. Da breche ich mir doch keinen ab, ihn für die Analyse dann auch zu befragen und ihn zu loben und den Hinweis zu geben, das war großartig, weil davon profitiere ich. In den meisten Situationen, das hat mit München und dem Deutschen Fußballbund weniger zu tun, das ist in der Politik genauso. Wo ist die Souveränität im Umgang, sich zurückzunehmen und die Sache wirken zu lassen, das ist leider in meinen Augen verloren gegangen. Ich vermisse das sehr und dementsprechend überall, wo ich bin, versuche ich den Menschen immer zu sagen, aufgrund der Erfahrung, es ist nicht wichtig, so aufzutreten, dem anderen zu vermitteln, und jetzt muss man wieder Angst haben und Druck entwickeln und künstlich irgendetwas aufzubauen. Das hat keine Qualität und keine Substanz. DFB kommen wir gleich noch zu. Lass uns in Dortmund bleiben. Kompetenzteam, der Coach gehört dazu, Lucien Favre. Jetzt könnte man natürlich ganz platt und banal fragen, was macht er anders, warum ist er ein guter Coach? Ich habe mich für folgende Formulierung entschieden. Ist Lucien Favre ein noch größerer Pedant als Matthias Sammer? Es sind aber schwere Fragen heute. Erst einmal ist er ein Fußballliebhaber. Er liebt das Spiel und die Umstände, es zu organisieren. Er liebt die Umstände, die dazugehören, mediales, Öffentlichkeit, erklären, warum der Mario Götze nicht im Kader ist oder nicht, ist ihm zuwider. Das ist mir persönlich sehr, sehr nah, weil er natürlich auch von der Mannschaft und wie er wahrgenommen wird, es hat ja auch Scham, wie er spricht, das Französische mit Akzent und Deutsch und dann mal das Wort nicht. Also ich glaube auch, dass er von seiner Altersstruktur innerhalb des deutschen Fußballs, wie wir aufgestellt sind, in Verbindung, letztes Jahr waren Jupp Heynckes da, jetzt Dieter Hecking, auch die erfahrenen Trainer in Verbindung, eine Mischung zu den jungen Trainern der Bundesliga bisher sehr, sehr gut tut. Aber es ist noch ein sehr, sehr schmaler Grad in Dortmund, weil die Stabilität gleichzeitig mit der Geschwindigkeit, jetzt wieder auf Platz 1 zu stehen, nicht einhergeht mit dem eigentlichen Leistungspotenzial, wo die Mannschaft steht. Und deshalb muss man das auch, was er immer sagt, sehr, sehr gut verstehen. Wir brauchen Zeit zur Entwicklung und vor allen Dingen müssen sich die Dortmunder defensiv stabilisieren. Und ja, das ist so. Also schließe ich mal die Klammer und sage, da sind sich zwei auf alle Fälle nicht unendlich, glaube ich, in der Herangehensweise. Also ich habe zumindest den Vorteil, ich war auch mal Trainer. Und ich glaube auch, dass es gar nicht unwichtig ist, wenn wir zusammensitzen und mit Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl. Trainer ist der mit Abstand druckvollste Job, den es im Sport gibt. Kein Vorstandsvorsitzender, er hat andere Themen in anderen Bereichen, kein Sportdirektor, kein Spieler hat den Druck, den ein Trainer verspürt. Und Trainer müssen natürlich einerseits in der Systematik planen und auf der anderen Seite müssen sie auch auf ihr Bauchgefühl hören. Und es ist auch am Anfang in den Gesprächen, wenn man dann gesprochen hat über einen Spieler oder in der Beurteilung der Spieler, wo man dann natürlich als Trainer manchmal sagt, ja okay, mein erster Eindruck, ja, das ist in Ordnung. Aber du kommst morgen und sagst, ich habe nochmal, es gibt so wunderbare Tools, wo du alles nochmal genau nachschauen kannst. Und kommst am nächsten Tag, ich habe nochmal nachgeschaut, ich muss meine Meinung korrigieren. Das ist natürlich für einen, der nie Trainer war, oftmals schwer, was auch Aufstellungen betrifft oder solche Entscheidungen, wo du sagst, wie passt das jetzt ins Gesamtgefüge. Weil du musst immer dann den Spieler in das jeweilige Gefüge stellen, um zu sagen, ist das rund. Und ganz am Ende merkst du, jetzt wird es wollig, jetzt ist es gut, es fühlt sich gut an. Oder es fühlt sich überhaupt nicht gut an, ich will es nicht, es passt auch nicht. Und das ändert sich oftmals bei Trainern in einer Geschwindigkeit, wo andere, die nie Trainer waren, sagen, na meinem Herrn, gestern war es links, heute rechts, wie sollen wir denn dann planen? Und ich glaube schon, wenn du dasselbe auch mal gelebt hast, kannst du dann beruhigen und zu sagen, das ist normal, solche Empfindungen, wie ich es gerade versucht habe, zu erklären. Und deshalb kann ich, ob immer richtig oder falsch, aber ich kann zumindest die, die den Verein führen, verstehen. Habe ich selber mal versucht, ich kann die Spieler ganz gut verstehen, ich kann Trainer ganz gut verstehen, weil ich alles auch mal ein bisschen irgendwie mitgemacht habe. Heißt im Umkehrschluss, man könnte auf die Idee kommen, dich als Berater zu engagieren. Lass uns in Dortmund bleiben. Mario Götze hast du angesprochen. Ich habe mir extra die Zahlen nochmal herausgesucht. Seit Juli 2016 in Dortmund, er hat weniger als 50% der Pflichtspiele gemacht oder machen können. 1 um 50 in 109. Ich tue mir wahnsinnig schwer, ich kenne ihn lange und du weißt auch, wie wir arbeiten oder wie ich arbeite. Auf mich wirkt er einerseits unglaublich zerbrechlich, sensibel, das passt dann aber irgendwie wieder nicht zu seiner Außendarstellung, Instagram etc. Wie geht man mit ihm um? Wie wird man ihm gerecht, einem Spieler, der die Messlatte durch dieses Tor zur Weltmeisterschaft so unglaublich hoch in so unglaublich jungen Jahren gelegt hat? Das ist jetzt wieder eine schwierige Frage, weil die Tatsache dessen, all das, was du in deiner Fragestellung schon beinhaltet hast, ein junger Mensch mit sehr, sehr vielen Erfolgen, Erfahrungen, aber auch Rückschlägen, Zeit bei Bayern, dann zurückzugehen, nach Dortmund ausgefüffen zu werden, eine Krankheit zu bekommen. Ich glaube, dass es jetzt auch in der Verantwortung bei dir, bei mir liegt, diese Thematik auf Normalität zu bringen, dass er einfach auch für sich selber erkennt, mit Mitte 20, was bin ich, wer bin ich, alles erlebt, um das Ganze auch ein bisschen runter zu kühlen, abzukühlen, in die Normalität zu bringen. Die Geschichte, das, was er auch mit dem Tor erreicht hat, ist geschrieben. Aber ich glaube, dass wir alle die Verantwortung haben, die Gegenwart im Umgang so zu gestalten, dass ein junger Mensch auch eine Zukunft hat und die muss Mario natürlich auch selber leben können, das alles erst einmal überstehen und verarbeiten. Ich glaube auch, dass er eine sensible Persönlichkeit ist, aber nur, wer auch gewisse sensible Fähigkeiten mitbringt, kann Themen spüren und wahrnehmen. Ich schätze ihn sehr, ich mag ihn sehr, aber ich glaube, wir müssen das Thema in die Normalität bewegen und nicht das, was teilweise dann dem Trainer widerfährt. Und was auch von öffentlicher Seite diskutiert wird, dass man ihn mit etwas konfrontiert, was er im Moment nicht darstellen kann. Dann kommen wir jetzt zu den Leichner-Fragen. Was ist mit den Bayern los? Vor, ich glaube, zweieinhalb Wochen gab die Sportbild, Niko Kovac ein Zwischenzeugnis, Note 2+, also gefühlt waren sie unschlagbar. Nach dem Ajax-Spiel, ich saß im Studio, bei Sky hatten wir das Gefühl, jetzt ist Weltuntergangsstimmung. Was ist mit dem Bayern los? Was ist da auch in der Chefetage, in der Teppichetage los? Vier Mann nicht gewonnen. So einfach ist es im Leben, oder? Willst du noch mehr zu dem Bayern sagen, oder war es da schon? Manchmal ist es weniger mehr. Ja, also ich glaube, bei Bayern hast du jetzt, das weiß man, die allerhöchsten Ansprüche. Und wenn du denen dann mal nicht gerecht wirst, hast du Feuer unterm Dach. Das ist so. Keine Frage, die Journalisten und auch ein Teil, wenn sie nicht Bayern-Fan sind in Deutschland, freuen sich und reiben so ein bisschen die Hände. Vielleicht ist es auch ein bisschen Schadenfreude, gehört ja alles dazu. Vielleicht ist es auch der Wunsch, dass die Bundesliga interessanter wird und alles wird ein bisschen übertrieben dargestellt und ein bisschen überhitzt dargestellt. Aber es ist ja eigentlich für Bayern nichts Neues, weil vor einem Jahr war es relativ ähnlich. Dann hat man Carlo Ancelotti entlassen. Ich glaube, dass Niko Kovac ein exzellenter Trainer und Fachmann ist für den FC Bayern. Und ich lege mich fest, sie werden die nächsten vier Spiele nicht alle nicht gewinnen. Und komplizierst du an dieser Stelle am Ende des Dortmund-Blocks noch den Satz, der BVB wird deutscher Meister, wenn? Ich sage jetzt nicht, das ist eine schwere Frage. Nein, nein, nein. Wenn sie unabhängig von anderen ihre Physis und ihren Willen beibehalten könnten und dazu sich grundsätzlich weiterentwickeln und stabilisieren. Und die, die noch besser sind, es ist mindestens eine Mannschaft, aber ich sehe noch eine zweite und eine dritte. Solche wunderbaren Serien mit viermal Nicht-Gewinnen öfters an den Tag legen, dann weiß man ja nie, was passiert, weil irgendwie muss ja einer dann da oben stehen. Wer ist die zweite und wer ist die dritte Mannschaft? Ich sehe Leipzig sehr, sehr stark, muss ich ganz einfach sagen. Ich sehe auch Borussia Mönchengladbach aktuell sehr, sehr stark. Nicht unbedingt der Tatsache, dass auch wie Hertha den Bayern wehgetan zu haben. Da ist Substanz drin. Die Leipziger auch im internationalen Wettbewerb mit Ralf Rangnick sich jetzt stabilisiert haben. Nach dem, ja, in der Bundesliga war es ein bisschen schwieriger. Also da gibt es hinter Bayern München gibt es drei, vier Mannschaften und deshalb, um die Frage zu beantworten, Bayern München wird Meister. Keiner klatscht. Also das war auf alle Fälle nicht die richtige Antwort an dieser Stelle, schreibt mal Matthias. Nein, das ist ja auch nicht die Antwort, die sich Deutschland vielleicht wünscht. Und ich würde mir sowas von gerne wünschen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Und es anders kommt, ja mei, dann komme ich hierher und entschuldige mich vor allem. Aber weil du beide kennst, ich wollte eigentlich jetzt direkt zur Nationalmannschaft überleiten, aber eine Frage brennt mir noch auf den Nägeln. Weil du beide Vereine kennst, scouten die Dortmunder eigentlich besser als die Bayern. Ich denke an Pulisic, Jadon Sancho, Brün Larsen. Oder hat die Scouting-Abteilung mehr Durchschlagskraft in der Chefetage in Dortmund, also München? Naja, das ist ja genauso, wenn man sagt, bei Bayern München aus dem eigenen Nachwuchs kommt schwer einer nach oben. Also das hat ja immer was mit Anspruch zu tun und mit den Zielen, die ein Verein hat. Und wenn du solche Schwierigkeiten hast, wie sie Bayern auch mal in der Zeit unter Louis van Gaal hatte, dann ist plötzlich wieder Platz für die Gruppe und für die Jungen. Aktuell betrachtet hast du 16, 17, 18 Topspieler bei Bayern München, wo du vor zehn Jahren hattest du vielleicht acht bis zehn. Da war immer Platz, dann elf, zwölf, dreizehn, vierzehn oder was weiß ich. Also die Tatsache dessen, was du mich gerade gefragt hast, ist dahingehend unrealistisch und falsch. Weil auch die jungen Spieler letztendlich im Anspruchsdenken, im Verhältnis zu Bayern München, viel, viel mehr Zeit haben, sich in Dortmund zu entwickeln, als in München sofort funktionieren müssen. Und stellen Sie sich mal vor, die letzte Saison Borussia Dortmund in München, das hätte gar keiner überlebt. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Deshalb darf man das nicht miteinander vergleichen. Und jeder Verein muss auch irgendwo seinen eigenen Weg gehen. Die Bayern holen im Januar einen jungen Kanadier. Es ist ein exzellenter Spieler, den Sie da verpflichtet haben. Und dementsprechend werden Sie auch Ihren eigenen Weg finden. Aber man darf das im Verhältnis zu den Zielen und der Vision nicht miteinander vergleichen. Da hat Dortmund auch manchmal ein bisschen mehr Zeit zur Entwicklung, die es in München nicht gibt. Nationalmannschaft. Wir wollten eigentlich eine Rubrik einführen, unsere Gäste fragen. Wir hatten zehn Fragen zurückbekommen und es war neunmal, also insofern ist die Rubrik schnell abgehandelt, neunmal die gleiche Frage. Könnten Sie, Herr Leopold, Matthias Sammer fragen, ob er an einer Nachfolge von Joachim Löw interessiert wäre? Oder unter welchen Umständen, alle nicken schon, meine Frage, jetzt kommt sie endlich, Matthias. Was müsste passieren, um Bundestrainer zu werden? Unvorstellbar. Unvorstellbar? Weil ich in meinem Leben, auch rauszugehen aus dem operativen Geschäft, mich überhaupt nicht umentschieden habe, dass ich spüre, dass ich einsteigen möchte, dass ich wieder irgendwo etwas empfinde. Das ist nicht gegeben. Und auf der anderen Seite, deshalb habe ich die Antwort aber zuerst gegeben. Die zweite Konstellation ist, ich glaube, dass sich die deutsche Nation insgesamt auch dazu bekennen muss. Es ist kein Ruhmesblatt, auch nicht in der Berichterstattung über den deutschen Fußball, dass wenn ein Trainer in der Bundesliga zweimal am Anfang der Saison verloren hat, dass er in Frage gestellt wird. Ich glaube, dass wir ein bisschen weggehen müssen, immer von der unmittelbar persönlichen Bewertung, es ist immer ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtunternehmen, das ist Borussia Dortmund, das ist Bayern München und die Nationalmannschaft. Und du musst einfach in der Situation jetzt auch Jogi Löw, wenn du als Verband, und das ist ja nun mal entscheidend, ihm das Vertrauen ausgesprochen zu haben, dann auch dazu stehen. Und dann auch gewisse Themen durchzuziehen, erst mal den Nations Cup jetzt spielen. Wir werden sehen, was dann noch mit den Holländern und den Franzosen passiert, ob man runtergeht oder nicht runtergeht. Aber ich glaube, dass man jetzt auch Jogi Löw einfach jetzt aufhören sollte, in Frage zu stellen. Ich finde, es war unerträglich und erbärmlich, auch was jetzt passiert ist zwischen Holland und Frankreich und was nach Frankreich passiert ist. Ich meine, selbst Island hat da 2-2 gespielt, das haben wir noch nicht mal hinbekommen, aber jetzt ist wieder alles gut. Es ist absurd, wie wir diskutieren und plötzlich eine Situation sich darstellt, jetzt ist der Neuanfang gemacht und jetzt ist alles wieder gut. Substantiell ist das keine Qualität in der Diskussion, die wir aktuell führen und deshalb brauchen wir da auch mehr Stabilität in den Positionen. Und neben dem Bundestrainer, das habe ich aber schon immer gesagt, mehr Kompetenz im Deutschen Fußballbund und in der Deutschen Fußballliga, um den Trainer am Ende auch ein Stück weit zu entlasten, zu schützen und als Ratgeber zur Seite zu stehen. Das würde ich mir bedenken. Heißt ein starker Sportdirektor. Der DFB braucht einen starken Sportdirektor. Oder ein sportliches, regulativ zum, ich nenne es mal Pendant, zum Duo Bierhoff-Löw. Wir brauchen Qualität. Er muss Freund sein, wenn notwendig. Er muss Halt sein, wenn der Trainer schwankt. Er muss kritisch mit ihm umgehen. Warum kann das alles Oliver Bierhoff nicht? Er ist Manager und in meinen Augen auch, jetzt hat sich das ein bisschen geändert, für die Themen Management, Vermarktung. Ich glaube, dass das wichtig ist, ist von mir aber auch qualitativ nur bedingt zu beurteilen, weil von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen Ahnung, wie sich Sport und Leistung organisiert, was man dafür tun muss im Gesamtzusammenhang des deutschen Fußballs. Und da ist absolut notwendig, auch manchmal äquivalent, auch Neutralität. Weil bei der Deutschen Fußballliga Christian Seifer, den ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze und der auch gewisse Gremien aus der Liga gebildet hat und dass dort Austausch stattfindet, Entwicklung stattfindet, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Also wenn aus dem eigenen immer die Situation entsteht, dass die eigenen das eigene auch an einem gewissen Tag mal richtig blöd finden sollen. Das ist schwer. Das geht ja einem für sich nicht. Also brauche ich da auch wieder Situationen, die auf die Dinge schauen, eine Position, der Input gibt, der beeinflusst und der um die Sache kämpft. Also das ist immer ganz gut, wenn, was weiß ich, ich weiß nicht, ob mir jetzt ein gescheites Beispiel einfällt. Fällt der Name ein, der sein könnte? Nee, aber machen wir mal Steuern irgendwie oder was weiß ich, also ich, was ich nicht gemacht habe. Also ich hinterziehe jetzt Steuern, bin gleichzeitig aber mein Steuerfahnder. Ja, zeige ich mich jetzt an oder zeige ich mich nicht an? Je nachdem, wie viel es war, würdest du sagen. Aber heißt dann ja im Unkenschluss, Matthias, Thema Sportdirektor, hast du einen Namen im Kopf? Nein, es geht gar nicht. Du kannst ja auch ins Präsidium, es kann ein Vizepräsident sein, das ist völlig wurscht. Jetzt sind wir zu schwach aufgestellt. Fußball, Fachfußball. Und bitte nicht noch mit anderen Themen belasten, um das bewerten zu können. Weil es gibt die Nationalmannschaft, es gibt die U-Mannschaften, aber es gibt die Klubs, es gibt den Nachwuchsfußball. Und das muss alles ganz gut gebündelt, organisiert, strukturiert werden. Und es muss dann Leute geben, die auch immer wieder in der Lage sind, zu analysieren, zu welchem Zeitpunkt wir auch gerade wo sind, um die entsprechenden Inhalte dann auch wieder vorzugeben. Du kannst nicht, du kannst nicht, und das ist ja die Angst, die viele haben, um zu sagen, okay, im Nachwuchsbereich kommt jetzt aus einer zentralen Stelle vom Deutschen Fußballbund oder von der Deutschen Fußballliga die Einheitlichkeit. Also Leipzig wird immer ein Stück weit einen anderen Weg gehen, auch als Bayern München, als Werder Bremen, als Hertha BSC. Das ist gar keine Frage. Aber für mich müssen die Richtungen gegeben sein. Und es braucht Fußballkompetenz, dann zusammentreffen, um zu diskutieren, damit die richtigen Botschaften auszusenden, dass der Fußball eine gute und stetige Entwicklung nimmt. Und das ist in meinen Begriffen zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht, aber damit lasse ich dich in Ruhe. Braucht es ja auch eine neue Stellenbeschreibung für den Sportdirektor beim DFB. Man muss sich vorstellen, er ist ja nur bis zur U20 zuständig. Für ganz oben ist es laut Stellenbeschreibung. Ich weiß ja aktuell, wie es nicht ist, aber ich habe auch immer gesagt, bei Bayern Sportvorstand oder Sportdirektor. Am Ende, wenn ein Unternehmen oder eine Mannschaft, ein Verein erkennt, dann ist es eigentlich egal, wie deine Bezeichnung ist. Es geht doch immer um die Sache und um Inhalt und du musst kämpfen. Und natürlich brauchst du einen Trainer, natürlich brauchst du irgendwie einen Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden. Aber als ich immer gehört habe, es ist wichtig, auch deine Bezeichnung, dass die anderen das wahrnehmen. Ich merke das jetzt auch, das ist ja auch nicht so einfach. Ich sage, Aki Watzke, Michael Zorgitz, kommt Sebastian Kehl dazu und er kämpft natürlich auch. Ich sage, Sebastian, du kannst dich ganz, ganz in Ruhe zurücklehnen, allein schon, weil du groß bist. Allein schon, weil du bei dem Verein sehr, sehr erfolgreich bist. Und allein, wenn du in den Raum reinkommst, ist da etwas gegeben und natürlich deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, deine Empathie sorgt allein dafür, dass ein besserer Geist entsteht. Aber wenn du vermittelst, dass du natürlich auch dir ein bisschen Sorgen machst, denken die anderen, dass ich eigentlich zu viel entscheiden kann und machen kann, das ist immer schlecht und macht hässlich und unsouverän. Das ist total unnötig, es geht um die Sache und in die Gemeinsamkeit, da musst du kämpfen. Und ich habe es einfach so kennengelernt, dass dieser Spirit dieser Gemeinsamkeit das Geheimnis des Erfolges ist, neben der Qualität. Aber für die Sache, um es abzuschließen, Jogi Löw war zu lange niebelungetreu mit seinen Weltmeistern. Und jetzt, alle sagen, jetzt ist der Umbruch zum ersten Mal, in Anführungszeichen, eingeleitet worden. Aber wir wissen es doch gar nicht. Es ist doch nicht korrekt. Wir wissen es doch gar nicht. Es ist passiert, was passiert ist. Aber es gab doch andere Beispiele. Spanien, 2008, Europameister. Wir waren jetzt einmal Weltmeister und denken, danach kannst du nichts mehr gewinnen. Die waren acht Europameister, zehn Weltmeister, zwölf waren sie wieder Europameister. Die Franzosen waren 98 Weltmeister, 2000 Europameister. Real Madrid gewinnt dreimal hintereinander die Champions League. Das hat vorher keiner geschafft. Wir müssen uns doch damit auseinandersetzen, was die Qualität, den Hunger und die Bereitschaft zur Leistung und für den Erfolg ergibt. Und das jetzt ausschließlich darauf zu beziehen, dass die Alten nicht mehr in der Lage wären, das zu leisten, ist genauso verkehrt, um zu sagen, wir brauchen nur noch die Jugend und nur noch die Jungen und die werden es lösen, weil die vielleicht ein bisschen schneller rennen. Aber es gehört auch zum Fußball ein bisschen mehr als Rennen. Immer eine gute Mischung, das zu finden, das ist zugegebenermaßen nicht gelungen. Aber ich bin immer ein Freund von Mischung, von Mitte, Gemeinsamkeit und nicht von Situationen, wo auch der deutsche Fußballer sich befindet. Der Maßstab muss Weltspitze sein und wenn du dich mit der Weltspitze auseinandersetzt, musst du dich an diesen Themen auch immer messen lassen. Da machst du Denkfehler auf dem Weg und deshalb ist es besser, mehr Kompetenz zu haben, siehe Bayern München. Das würde ja gegen alles widersprechen, was im Moment in den Gremien im deutschen Fußball da ist. Uli Hoeneß, Karl-Hans Rummenigge, früher Franz Beckenbauer, dann war Paul Breitner noch dazwischen, dann gab es irgendwann Christian Nährlinger, dann habe ich damit rumgeeiert, jetzt ist das auch so. Die Dortmunder haben wieder Kompetenz und wir sagen, zu viel Kompetenz ist schädlich. Ich glaube, dass viel zu wenig Kompetenz, auch in der Hilfestellung für Jogi Löw in gewissen Phasen, jetzt musst du ja tragen und beruhigen, einfach zwischendurch nicht mehr gegeben ist. Und auf Top Level, auf Top Level gehst du ein oder zwei Millimeter von dem Weg ab, hat fatale Folgen. Und es ist immer gut, wenn einer ein bisschen kritisch mit den Nächsten umgeht und sagen, ein bisschen links ist der Weg, das ist hilfreich. Und deshalb haben es die Champions geschafft, einmal ist gut, aber einmal haben schon viele geschafft. Und wir sollten uns lieber damit auseinandersetzen, um zu sagen, wer einmal kann, kann auch zweimal. Und ich denke, ich orientiere mich immer an denen, die das geschafft haben. Einmal ist schon großartig, aber es geht auch noch mehr. Apropos viel Kompetenz, kleiner Tipp für morgen, für 12 Uhr ist eine Pressekonferenz in München an der Severner Straße angekündigt mit Hasan Salihamidzic, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Kommt eher selten vor, sind wir mal gespannt, was da passiert. Wir kommen mit Verspätung in die zweite Halbzeit. Der Nachwuchs liegt vielen hier sehr am Herzen. Es gibt eine leidenschaftliche Diskussion auch über die Nachwuchsarbeit in den Nachwuchsleistungszentren. Ich weiß, dass du sie gerne mitführst. Wird den Jungen zu viel abgenommen? Wie soll Persönlichkeit entstehen, wenn du quasi von morgens um sechs schon weißt, was du bis 20 Uhr abends zu tun hast? Und im Endeffekt trägt jeder deine Tasche? Muss man trennen voneinander. Also ich glaube, dass gewisse Organisationsformen sogar hilfreich sind. Also wer sich auch, egal ob Fußball oder andere Sportarten, entscheidet, erst einmal gewisse Zeit des Weges, niemand weiß, ob du oben ankommst oder ob du Unterspitze im Männerbereich, ob du das schaffen kannst. Aber es muss doch Organisationsformen geben, die Schule und Verein miteinander verbinden, dass die Jungen oder Mädchen aufgehoben sind, dass das erst einmal miteinander steht und nicht gegeneinander steht. Ich glaube nach wie vor, dass das natürlich ein Wahnsinnspensum ist, wenn du mit der Schule und mit dem Training das auch durchstehen möchtest. Das sind hohe Anforderungen. Manchmal sind sie auch einen Tick zu hoch. Und ich glaube, da komme ich auf den entscheidenden Punkt. Entscheidend ist, wie du das führst, wie die Absprache zwischen Schule, Verein, zwischen dem Trainer ist und dass du dem Individuum, dem anderen Platz gibst zur Entwicklung. Und es gibt nicht, das war ein bisschen kompliziert, es gibt nicht umsonst so einen wunderbaren Spruch, alters- und entwicklungsgerecht. Und wenn du gewisse Altersstufen beieinander hast und du siehst die Gruppe an sich immer an erster Stelle, wirst du dem Individuum keinen Platz geben, weil die Richtlinien der Gemeinsamkeit von vornherein natürlich gewisse Formen der Disziplin, des Anstandes, des Aspektes geben muss. Nur, ich sehe es völlig anders in der Nachwuchsentwicklung, dass du nämlich erst einmal dem Individuum Raum, Zeit und Platz gibst, sich selber zu erkennen, wer er eigentlich ist, das in entsprechenden Maßstäben ausleben zu können und daraus überhaupt erst einmal eine Gruppe zu formen. Das ist für meine Begriffe ein feiner, aber ganz, ganz wesentlicher Unterschied, der heute nicht mehr gelebt wird. Weil du kannst nicht, wenn einer, reden wir vom Fußball, das kann ich am besten, 13 Jahre, es gibt das Schuljahr, kannst du nicht zwei miteinander vergleichen, der eine in der Schule tut sich leichter, der andere tut sich schwerer, gleichzeitig mit dem Training, mit den Abläufen, Schulaufgaben, Wege nach Hause, wie organisierst du das? Du musst es immer persönlich und individuell sehen und du brauchst neben der fachlichen Qualität der Trainer und der Lehrer ist doch eins abhanden gekommen. Die pädagogisch-erzieherischen Fähigkeiten und damit Ausbildungsmaßstäbe, um überhaupt an junge Menschen gelassen zu werden. Das ist für meine Begriffe ein ganz, ganz untergeordnetes Thema in Deutschland und wenn wir wieder begreifen, dass Individualität gelebt werden muss und die Individualität dann eine Gruppe ausmacht, dann werden wir auch Raum und Platz geben und nicht erdrücken. Das ist meine Meinung. Jetzt sprechen wir von der Spitze. Natürlich wird wahnsinnig viel Basisarbeit in den Vereinen, bei den Amateuren geleistet. Die Schere befürchten zumindest immer wieder auch die Amateure zu den Profis, geht noch weiter auseinander, geht noch weiter auf. Inwieweit ist die Arbeit dann bei den Amateurvereinen überhaupt noch wichtig, in der Breite auszubilden, aus deiner Sicht? Weil man das unterscheiden muss. Eine Nation wie Deutschland und die Eliteförderung, die natürlich im Nachwuchsbereich Pyramidensystem betrifft, aber in der Spitze, ich weiß nicht wie viel Prozent ankommen, aber es ist unter 5 Prozent. Und die Aufgabe einer Gesellschaft ist, darauf zu achten, das Leben und den gesundheitlichen Aspekt, neben der geistigen, auch die körperliche Förderung zu organisieren. Es obliegt den Familien und den Kindern und den Menschen selber, ob sie davon Gebrauch machen oder nicht, ob sie in künstlerische Schiene gehen oder was weiß ich. Es gibt ja viele verschiedene Bestandteile, wo man seinen jugendlichen Weg auch bestreiten möchte. Aber die Voraussetzung hat, einen Staat, eine Nation wie Deutschland zu organisieren. Und was letztendlich dabei herauskommt, ob es dann sportlich für den Spitzenbereich langen wird, das können wir alle nicht beantworten. Aber sowohl der Spieler oder der Amateurbereich, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und zu jedem Zeitpunkt hat die Gesellschaft die Aufgabe, sich um dieses Individuum zu kümmern und nicht darauf zu achten und Fehlversprechungen auch in die Wege zu leiten mit den Eltern und teilweise auch mit den Beratern, dass völlig falsche Vorstellungen des Weges dann auch aufgezeichnet werden, weil die größte Aufgabe, und ich war beim Deutschen Fußballbund für die Eliteförderung zuständig, für die U-Mannschaften, um dort natürlich erfolgreich zu sein. Aber das größte Anliegen war, auf diesem Weg die Menschen, die es nicht ganz nach oben schaffen, die jungen Spieler oder Spielerinnen, nicht zu verlieren für die Gesellschaft und für das Leben, die es nicht geschafft haben. Das sind keine Versager. Es ist ein Bestandteil des Weges, den sie gegangen sind und daraus weiterzugehen, um dann natürlich auch außerhalb des Sports oder im Sport oder im Amateurbereich, im Trainerbereich natürlich der Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Welche Hilfestellung kann und muss der DFB leisten für die Amateurvereine? Das Ehrenamt wird ja auch beispielsweise als bedroht angesehen. Ehrenämtler brechen weg. Also ich sage mal ein Beispiel, um die Schwierigkeiten auch zu erkennen, weil letztendlich wird der Deutsche Fußballbund oftmals auch ein Stück weit missbraucht, weil man immer damit in Verbindung ist, es geht nur noch um Fußball, um Fußball. Aber der DFB organisiert 2024 die Europameisterschaft mit staatlicher Hilfe, gar keine Frage, aber das Turnier kriegen wir hin. Dann wollen wir in Deutschland auch für andere Sportarten Olympia irgendwo gestalten. Da scheitert es ja schon an, wie nennt man das? Hier an Meinungsumfragen, dass wir das gar nicht wollen. Und gleichzeitig frage ich mich, der Wert des Sports, der Gemeinsamkeit, natürlich auch der Finanzen, was es dann alles gibt, darf man nicht immer auch auf dem Fußball abladen. Ich nenne mal ein Beispiel, als ich beim Deutschen Fußballbund 2006 war, war ich dann irgendwie in der Kultusministerkonferenz 2007 und habe dann mein Konzept vorgestellt. Das ging von drei Jahren beginnend bis 35 und darüber hinaus. Also so einen alters- und entwicklungsgerechten langfristigen Leistungsaufbau, sowohl sportlich als auch für den Menschen. Ich auf der Kultusministerkonferenz geredet, die Sportverantwortlichen der Länder waren auch da und habe versucht zu sagen, also eins ist doch sehr, sehr wichtig, die geistige Entwicklung im Kindergarten, darauf zu achten, dass die Kinder spielen können, Fremdsprachen sollen kommen. Ich bin ja da auch kein Spezialist, um zu sagen, ist das zu früh, ist das nicht zu früh, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass es gut ist, wenn im Kindergarten die Kinder, je nachdem, ich weiß nicht, sind sechs Stunden im Kindergarten, wenn sie von den sechs Stunden eine halbe Stunde sich körperlich betätigen. Weiß ich, dass das gut ist. Dann habe ich vorgeschlagen, um zu sagen, auch mit der Kraft des Fußballs, lass uns in der Kultusministerkonferenz darauf achten, dass es zwischen drei und sechs Jahren eine umfassende Bewegungsschulung für die Gesellschaft der Kinder geben muss. Das hat mit Leistungssport gar nichts zu tun. Das soll ja welche geben. Und zwischen sechs und zehn Jahren in der Grundschule eine spielerische Vielseitigkeit, wo man darüber achtet, die sollen Handball spielen, Basketball spielen, Leichtathletik machen, Rennen vorwärts, rückwärts, kriechen, krabbeln und wie auch immer. Da habe ich gedacht, eigentlich klingt das doch gut und ist auch logisch. Die Quintessenz war, erreicht habe ich gar nichts. Weil im Kindergarten haben die, die keine Ahnung davon hatten, und das sind die meisten, weil sie gar keine Ausbildung gehabt haben, festgestellt, um zu sagen, jetzt will der Fußball schon die drei Jahre entwickeln. Das war mein Problem, dass ich gesagt habe, ihr habt nicht verstanden zwischen drei und sechs Jahren im Kindergarten. Es gibt ganz viele Kinder, die wollen nie was mit Leistungssport zu tun haben, aber hat der Kindergarten doch auch nicht die Verantwortung, um zu sagen, es ist gut, wenn du zumindest auch mal ein bisschen rennen kannst, vorwärts, rückwärts, auf ein Bein stehen, hüpfen, einen Ball fangen, zuwerfen. Ich brauche gar keinen Raum, ich kann den Kindergartenraum mit, ich weiß gar nicht, wie viele sind da drin, 16, 18, so, da stelle ich die Tische in die Mitte, mache was rundherum, mache ein paar Staffelspiele, krabbeln, kriechen, robben, also nicht Arjen, sondern so. Und man kann alles machen und da will ich, ich warne eben davor, um zu sagen, ich habe gedacht, ich habe gekämpft und die Kultusminister damals kamen, danach haben mich auf die Schulter geklopft, so ein Vortrag und das haben sie noch nie gehört und wie auch immer, da sage ich, Mensch, das ist ja super, das läuft bestimmt nächstes Jahr, geht es los. Keine Chance. Und das ist eben die Gefahr, der Fußball im Allgemeinen, so dominant auch, was Öffentlichkeit, was Medien da bestellt, die anderen Sportarten kommen teilweise zu kurz. Es ist ein Ungleichgewicht, was ich persönlich auch überhaupt nicht gut finde, aber ich habe, glaube ich, überhaupt nichts erreicht, zu verstehen, dass es um die Gesellschaft und wenn wir dabei anfangen, für die Spitze einen großen Unterschied gibt. Und wenn du dem gerecht werden willst, bist du immer zwangsläufig in der Wahrnehmung, es geht sowieso nur um Fußball, geht es nicht. Aber ich kann dir sagen, vielleicht war der Kampf doch nicht umsonst bei uns. Herz Jesu, Kindergarten, meine beiden Töchter, ich sage, in der gelben Gruppe wird Bewegung großgeschrieben. Vielleicht hast du ja auch entscheidenden Einfluss gehabt. Gelbe Gruppe? Gelbe Gruppe. Ja, Dynamo Dresden und Borussia Dortmund. So sieht es aus, ne? Haben die schwarze Rosen an? Ja, natürlich auch. Okay. Nur für dich, Matthias. Erster Beyond-Sportstag und ich überziehe gleich. Ich nicke den Kollegen von Baden-TV zu, zehn Minuten brauchen wir noch, also die sind noch drin. Denn Führung schafft Orientierung, damit kommen wir zum Schluss, ist ein Titel deiner Vortragsreihe, sehr, sehr spannend finde. Ich schieße mal vorne weg, hat man, glaube ich, auch heute gemerkt, du bist zwar ein Freund des Wirs, aber du bist kein Freund der flachen Hierarchie. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das geht ja nicht. Das ist ja ein hierarchisches Denken, auch in der Fußballmannschaft. Ich glaube, wir überziehen 15 Minuten. Hat ja was mit, ne, ne, ich versuche es, hat ja was mit Charaktermerkmalen zu tun. Also, wir haben uns irgendwann mal darüber Gedanken gemacht, zu sagen, was für Typus Menschen gibt es in der Fußballmannschaft? Es gibt eigentlich, die Führungsspieler gibt es relativ wenig, aber die gibt es von den Charaktereigenschaften, wenn du die Gruppe zusammennimmst, die reden, die organisieren, komm ran und wie auch immer. Dann gibt es die Teamplayer, Teamspieler, die immer darauf achten, hoffentlich geht es der Gruppe gut, aber gleichzeitig am besten keine Verantwortung so in dem Sinne übernehmen, dass sie sagen, ey, komm mal da ran. Das ist so ein bisschen schinant auch, das wollen sie nicht. Aber wenn das einer macht, von den Liedern, sagt, komm hier, komm in die Gruppe, dann wird er sagen, ja, jetzt komm mit, aber am besten der andere sagt es. Und dann gibt es die Individualisten, die Verrückten, Ribery, Robben, ganz, ganz tolle Menschen, super, aber wenn die führen, kann ich Ihnen nur sagen, wird es schwierig. Weil sie natürlich völlig andere Freigeister sind mit dem Ball nach vorn, nach hinten. Da gibt es doch die anderen. Also was ich damit sagen will, wenn es das gibt in einer Fußballmannschaft, dann bin ich eigentlich bei der Thematik, dass das natürlich organisiert werden muss und auch vom Trainer und auch vom Verein letztendlich in der Struktur immer wieder besprochen werden muss. Ich bin ein Verfechter einer klaren Hierarchie, darf man aber nicht missverstehen, weil dann denken manche, also darf nicht jeder seine Meinung sagen. Das ist falsch. Natürlich, wenn du dann in einer Gruppe zusammensitzt, aber es gibt Entscheidungen und Gemeinsamkeit, die oftmals dann getroffen werden müssen. Und mein Lieblingsbeispiel ist Carlos Pujol. Ich weiß nicht, der hat mal bei Barcelona gespielt und Lionel Messi war derjenige, der mit ihm alles gewonnen hat. Der Messi hat mit dem Pujol alles gewonnen, aber der Messi gewinnt mit Argentinien nichts. Aber es gibt auch in Argentinien nicht Pujol. Das sind kleine, aber feine Unterschiede. Und ich habe gewusst, dass der deutsche Fußball auf einem katastrophalen Weg ist, als wir jetzt nach dem Finale Jürgen Klopp, Deutscher, klar, mit Liverpool, ich weiß nicht, wie er das verfolgt hat, verloren hat, weil der Sergio Ramos so böse war. Der hat dem anderen Spieler wehgetan. Und ganz bewusst hat er sich vor dem Spiel, der hat sich an der Schulter verletzt. Mohamed Salah, ein Superspieler. Und nicht, dass sie denken, ich heiße das gut. Aber was wir gedacht haben ist, der Ramos hat sich vor dem Spiel vorgenommen und hat gesagt, ich klemme dem Mohamed Salah die Schulter ein, nehme das so auf die Seite, sodass das auch ganz gut aussieht. Und der Schiedsrichter dann mir auch keine rote Karte gibt, da ist der schon mal aus dem Spiel. Und dann haue ich dem Karius noch irgendwie mein Knie ein bisschen an den Kopf und so, dann sind die beiden schon mal weg und wir gewinnen das Spiel. Das hat er sich vor dem Spiel vorgenommen. Hat mich angerufen, hat mir Bescheid gesagt. Und dann sage ich nach dem Spiel in der Bewertung, der böse, böse Ramos. So was wollen wir im deutschen Fußball nicht sehen. Zweimal Europameister, Weltmeister, fünfmal die Champions League, da hat er alles gewonnen. Das heißt nicht, dass ich das gut finde. Aber Leistungssport ist ein Grenzbereich. Ich fand es katastrophal, dass sich Mohamed Salah verletzt hat. Aber wenn du in den Zweikampf gehst, du willst den Spieler nicht verletzen, du willst dem Spieler schon sagen, pass mal auf, für dich heute hier besser, du lässt dich auswechseln oder gehst nach Hause. Du hast hier keine Chance. Aber ich will nur damit sagen, dass auch der Grundgedanke erfolgreich zu sein und sich durchzusetzen, geht nicht immer mit Normalität und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das geht einfach nicht. Du bist nicht milder geworden mit 51. Ich habe noch einen Satz von dir herausgeschrieben. Als Spieler hast du mal gesagt, ich will kein guter Verlierer sein. Nichts ist ärgerlicher als Niederlagen. Sie machen mich rasend. Ich meine, wir kennen uns ja noch nicht so gut. Es ist ja einfach. Es gibt, sah man Gedankengang im Leistungssport, am Ende erfolgreich zu sein und trotzdem will man geliebt sein. Man will Anerkennung finden. Aber solange in Deutschland der Gedanke vorherrscht, sympathischer Verlierer zu sein, liebe ich eher die unsympathischen Gewinner. Das ist ein schönes Zitat für heute Abend. Das ist ein richtig schönes Zitat. Aber du kannst nicht alle Bestandteile des menschlichen Wesens und der Wahrnehmung damit in Verbindung bringen, dass alles immer so einen Weg geht, dass den alle gut finden. Also ich habe es so nicht kennengelernt und Hochleistungssport und gerade im Spitzenbereich und die, die dann auch Außergewöhnliches erreicht haben, sind dann auch manchmal ein bisschen anders. Dann komme ich abschließend noch einmal zurück auf deinen Vortrag. Team Spirit steht über allem. Ziele setzen, Vision und Obsession. Nur wer sich Ziele setzt, wird diese auch erreichen. Klingt oft banal. Aber würdest du sagen, da sind wir auch bei dem Thema, bei dem wir gerade waren mit Sergio Ramos, muss man sich diese Ziele tatsächlich immer ganz oben ansetzen? Die Thematik ist vielleicht das Beispiel auch Mahner oder Motzki oder wie man das benennen will. Mahner im Erfolg? Ich glaube, es geht einzig und allein, wenn du der Gruppe oder der Mannschaft oder dem Verein oder dem Unternehmen die Vision und das Ziel, das, was man erreichen möchte, kann man sich gemeinsam erarbeiten, dass man es auch gemeinsam lebt und dementsprechend darauf zu achten. Was bedeutet das? Wenn Sie das nicht haben und Sie setzen sich plötzlich mit einem Thema auseinander, wo der andere empfindet, ich weiß gar nicht, ist alles in Ordnung. Und jetzt kommst du und sagst, bei uns ist nichts in Ordnung. Immer unter den Verhältnissen der Maßstäbe, um zu sagen, das Beste oder wie auch immer, das ist doch der Grundgedanke, dass du dich erst mal neben dem, dass die Beziehungsebene stimmen muss, dass es klar ist, dass du um die Sache reden kannst. Wird der andere dich aber so lange nicht verstehen, wenn du plötzlich kommst und der Maßstab des Allerhöchsten, die geht vor, wenn du immer darauf guckst. Nein, ich bin auf die Uhr. Die geht relativ pünktlich. Wenn meine Uhr nicht vorgehen würde, würde ich immer zu spät kommen. Also du kannst miteinander nur, auch in Schwierigkeiten, in Diskussionen, die brauchst du, um dich zu entwickeln, dann auch eine Ebene finden, wenn du Visionen und Ziele benannt hast. Sonst wirst du immer aneinander vorbeireden, weil der andere mit dem dann Gut oder dem Durchschenlichen einfach zufrieden ist und der andere knallt wieder durch, weil er sagt, ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Also du wirst die Ebene nicht finden, wenn du die Definition der Vision, der Ziele nicht benannt hast, weil die Argumentation ist, wenn du dich darüber austauschst, natürlich klar, dass das der Maßstab ist. Sonst brauchst du es ja nicht tun. Das Lieblingsbeispiel damals, nach sieben Spielen, weil wir haben einen Siebenspieltag, ich war bei Bayern 2012, wir haben die ersten sieben Spiele gewonnen, spielen in Bremen und gewinnen 2-0. Also sieben Spiele gewonnen. Jupp Heynckes war der Trainer. Nach dem siebten Spiel habe ich mich hingestellt und habe gesagt, die Tendenz und der Trend ist eindeutig. Es geht nach unten. Wir haben wirklich nicht, wir haben ein Hintenhaus gewonnen, haben nicht gut gespielt, wie auch immer, und habe das benannt, auch in der Öffentlichkeit. Ich habe gesagt, wir spielen Ledger, aber im Bayerischen sagt man Ledger, das wusste ich gar nicht. und habe dann, ich bin nicht zufrieden, und wie auch immer, um den Reizpunkt zu setzen, um vielleicht frühzeitig zu erkennen. Und das war auch so, die Leistung sukzessive im Training haben mir ein paar Dinge nicht gefallen. Also nach dem Sieg, volles Rohr dagegen. Damit waren nicht alle einverstanden und nicht alle haben sich gefreut. Das müssen sie dann aber auch aushalten, in der Position, um zu wissen, und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sage. Wenn Sie führen oder das Gefühl haben, mit Ihrer Gruppe zu reden, müssen Sie oftmals auch in Kauf nehmen, dass die Gruppe Sie nicht versteht, weil das Talent der Führung, ein Bild vor Augen zu haben, im Zusammenhang der Mannschaft, prädestiniert Sie mit Ihrem Talent, die Farben zu erkennen, in dem Moment, wo Sie sie verplassen. Aber Sie müssen wissen, dass Teile der Gruppe noch nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass das Bild schon verplasst. Und deshalb sind Sie auch oft einsam und ein Rufer im Wald, wenn Sie Ihre Gruppe führen wollen. In der Familie wissen die Kinder sowieso alles besser. Wem sagst du das? Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich mich noch mehr ärgere, dass ich nicht besser kicken konnte. Ich glaube, ich hätte schon sehr gerne mal mit dir in der Kabine gesessen oder unter dir gespielt. Wie auch immer, auslaufen, Matthias. Wirklich die letzten Minuten. Gibt es noch diesen einen großen Traum mit 51? den du noch verwirklichen möchtest? Komischerweise hatte ich das nie. Und ich liebe den Fußball. Aber ich habe natürlich auch, ich hatte meine Infektion mit 30, dann ist es schon eng, dass du die überstehst. Und vor zweieinhalb Jahren, das ist ein bisschen genetisch bedingt gewesen, auch eine kleine Durchblutungsstörung da gehabt. Also wenn du mich nach dem fragst, was ich im Moment empfinde, ist es die Liebe zum Leben. Ich würde natürlich auch gerne mit Dortmund ein bisschen erfolgreich sein. Keine Frage. Aber die Liebe zum Leben ist keine Midlife-Crisis. Ich glaube zumindest nicht. Und die Dankbarkeit, auch mit dir, mit Ihnen hier zu sitzen, ist sehr, sehr viel wert. Sehr, sehr viel wert. Ich glaube, es gibt kein schöneres Schlusswort. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken, Matthias, bei dir. Dein Applaus. Danke Ihnen fürs Interesse. Dankeschön fürs Kommen. Danke zu Hause auf dem Sofa fürs Zugucken. Das war der erste Beyond Sports Talk. Wir kommen wieder im März nächsten Jahres, versprochen. Das war es aus Karlsruhe. Ciao, servus. Tschüss, schönen guten Abend. Danke, Matthias. Danke.